So, hi! Jetzt machen wir auch mal so ein Auspackvideo, dass es auch mal gemacht ist, und zwar sogar doppelt. Ich zeig es besser nicht. Von Dieter und Petra. Von denen kriege ich immer wieder regelmäßig so süße Päckchen, weil sie mir immer ein großes geschickt und es kam nicht an, aber es kam wieder zurück. Ja, ja. Man denkt, so ist sicher, weil ich bin halt oft nicht daheim. Und dann, ich habe Abstellgenehmigung, da klaut auch keiner was. Dann war aber die Sorge, dass es klautfach ist, war aber nicht geklaut. Das kam wieder zurück. Das war irgendwie von der Posten versehen. Auf jeden Fall, deswegen jetzt aber immer so süß kleine, die kann er notfalls jetzt auch in den Briefkasten stecken. Ah! Geil! Siehst, einer meiner Lieblinge. Das habe ich ja schon mal... Warte mal, habe ich das sogar jetzt... Ah ja. Das ist Spoiler jetzt mal nichts. Aber ich kann so viel sagen. Das habe ich mir schon mal gegessen. So, war ich glaube drei Nächte, wo man mit Pfeifferling, haben wir Pfeifferling gesammelt, dann haben wir Pfeifferling. Und das war vom Feinsten, weil die Kombi aus... Also anbraten im Pfeifferling und dann lässt er zu. Geil! Also, herzlichen Dank, Dieter, Peter. Meistens haben wir süßig, voll eine schöne Karte dabei. Siehst du? Das mache ich auch immer. Ich riss das immer ab, und benutze, wenn ich dann selber was verschicke oder so, weißt du? Weil das Ding immer weg, weißt du? Dann habe ich da Papier und das... Guck! Ah! Recycling! Das nutze ich dann immer. Da kann ich schön was verpacken. Thank you! Alter, jetzt sind wir noch eine süße Karte. Ich hoffe, ich darf es vorlesen. Normal mache ich sowas nicht. Aber ich sage gleich, warum ich es mache. Oder ich habe einen Grund. Oder so, jetzt habe ich gedacht, komm, das ist ja irgendwie witzig. Oh, schöne, guck mal. Oh, süß. Do what you love. Oh, I do. I do what I love. Geil. Voll schön da noch. Voll neckermännisch. Guck mal, süß. Voll neckermännisch. Ja, also, du neckermännisch. I'm the original neckermännisch. So, ich lies... Aber ich lies erstmal nicht, dass da was... Nein, nein, das ist immer süß. Also, Mai 2024. Hallo, Rich. Was für geile Videos. Ja, süß. Wir haben uns wirklich halbtot gelacht mit den Riegeln. Ah, weil ich habe... Stimmt, das ist jetzt auch erst online. Heute Abend kommt der vierte Teil. Aber warte mal. Ja, da muss man überlegen, wann ich auch dann das mache. Äh... Genau. Aber das, was jetzt aktuell ist, da ist mit den Riegeln. Die haben ja zwei so süße Riegeln. Und die habe ich noch vertauscht. Vielleicht jetzt deswegen. Genial. Heute kommt nochmal... Marschverpflegung. See you. Liebe Grüße, Petra und Dieter. Oh, Kerl, wie süß. Geil. Also, herzlichen Dank, Petra. Herzlichen Dank, Dieter. Geil. Freut mich immer. Und es sind... Schön so, äh, für... Wenn du oberwegs bist, die Dinger. Besser geht nicht. So. Und jetzt ist eigentlich... Das Maiglöckle hat mir was über... Das sage ich jetzt vielleicht auch nicht, aber hier steht... For your order, we will plant one tree. Also, aha. Siehst, wie du einen Baum pflanzt. Oh. Nein, da sieht man jetzt... Nicht nichts. Also, das ist von Maiglöckle. Und das Maiglöckle hat mir gesagt, eigentlich solltest du das filmen, weil sie ist gespannt, wie ich reagiere. Und ich bin jetzt auch gespannt, äh, dass... Ja, also, ich sage es nur so, schwer. Relativ schwer. Eigentlich auch relativ groß. Äh, und... Weißt du, also, somit müsste ich anders reagieren, wie sonst. Ich weiß es nicht. Oder irgendwie werde... Also, deswegen. Habe ich gedacht, komm, das wird jetzt gerade kommen. Dann habe ich gedacht, komm, jetzt schnapp ich die Kamera. Ich habe meine Canon und... Da habe ich ein Display, dass alles drauf ist. Dann habe ich gedacht, komm, äh, ja, habe mir ein Herz gefasst und mache es hier. Oh, also, schon mal gut verpackt. Oh, oh. Ah, du bist... Oh, du bist ja süß, ja... Ah, nein! Ah, ich... Ich weiß es schon, ah, nein, du bist nicht mehr ganz sauber, also, im Positiven. Ah, hör auf! Ja, Scheiße! ich glaube die nächste zeit lebe ich nicht so gesund also gut verpackt das stattet sicher nichts dazu ja wie geil ist das ich muss ich zähle ich muss nicht mal zählen hier ist ein lieferschein ja und ich feiere ich feiere dann so mit lieblingsschokolade der nusse der wo ja das kommt ja auch noch einmal das könnt ihr aber mein glöckchen könnt ihr schon vorgucken weil bei mir dauert es noch lange bis es rauskommt wenn ich das jetzt zwischen reinlade die hat zwei teile meine glöckchen bei den eingeben oder ich tue es auch hier drunter verlinke so mache ich es ich tue ihren kanal und auch petra und titers kanal durch unten verlinke dann hat sie mir schon mal so ein dinger geschenkt sie hat es auch filmt sie hat mich kurz gesucht mit dem pornopaule und mit der wanderratte und mit zwei glück und dann hat sie mir das geschenkt und habe ich mich so aus so gefreut weil der schokolade so geil ist und jetzt guckt jetzt halte ich 15 stück also unglaublich und ich habe ich habe da auch noch gesagt also ich habe ich habe noch gesagt der einzige nachteil an dem schokolade den hast du gleich der macht süchtig quasi und jetzt vielleicht zum mini sucht befriedigen also vielen herzlichen dank liebes mein glöckchen das freut mit voll dann nehme ich bin jetzt dann eben sprung nämlich dass sie ja einer mitnimmt weil ja wie ich habe mir noch überlegt was hätte was kann das sein was jetzt nicht und ich habe mir noch überlegt jetzt denkt oje das wird sicher cringe dass ich jetzt vielleicht gar nicht so weißt ich wusste nicht was ist das vielleicht irgendwie so ja was ist wo ich vielleicht schon kenne oder weißt wenn es irgendwie so ein scherzartikel wo ich schon kenne oder so oder dann so gestellt also see you thank you see you bye bye und danke auch an alle anderen wo da immer so fleißig spenden oder ja spenden kann mit schon länger nichts aber so kommentieren und es war kein spendaufruf also see you for sure bye bye